Willst du in 2011 gehen? Wo sind die denn schon? Wahrscheinlich schon. Warum? Ja, weil es entscheidend ist für das Land, dass wir eine gute Regierung oben drin haben, wo das Richtige stimmt, wo die Macht für das Volk will. Was versprecht ihr euch jetzt von den nächsten Wahlen? Dass das, was oben drin momentan passiert, ein bisschen ausgeräumt wird. Dass wir ein bisschen mehr Ruhige bekommen dort oben. Dass es nicht so Nervosität rum herrscht. Genau.